Kapitel 16 Malfoy Manor Gefangen Es war ein kurzer Kuss, entstanden durch das Adrenalin und der großen Zuneigung für einen außergewöhnlichen Mann. Er hatte einfach nicht anders gekonnt. Als er jetzt zurück trat, spürte er immer noch Nevels Geschmack auf der Zunge, fühlte noch die rauen Lippen und seine Bartstoppeln. Mit laut klopfendem Herzen sah er zu ihm hinüber. Die aufgerissenen Augen holten ihn von jetzt auf gleich in die Realität zurück. Er hatte schon wieder einen Fehler gemacht, einen riesigen, unfassbar dummen Fehler. Das würde Nevel ihm nie verzeihen. Das warme Glücksgefühl in seinem inneren Elochier. Ein harter, kalter Klumpen blieb zurück. Er legte die Arme um sich. Es tut mir leid. Entschuldigung, es tut mir leid, wirklich. Ich weiß nicht, warum ich dir gegenüber immer solchen Mist baue, stammelte er und machte einen Schritt rückwärts. Noch einen Schritt zurück. Er hatte ein Rauschen in den Ohren. Sein Sichtfeld verschwamm. Benommenheit übermannte ihn. Ein Schatten bewegte sich auf ihn zu und er hörte Nevel sprechen, aber es war zu verzerrt, als dass er ihn verstehen könnte. Er wankte. Etwas packte ihn und drückte ihn nieder. Ergeben schloss er die Augen. Er war so unendlich müde. Um ihn herum wurde es still. Er blieb einfach liegen. Sein Untergrund war weich und warm. Er atmete tief ein und öffnete jähr die Augen. Nevel? Fragte er ungläubig und blinzelte verwirrt. Der Angesprochene wurde prompt rot und rückte von ihm ab. Blaze blickte auf die warme Decke, auf der sie beide lagen. Bis vor ein paar Sekunden hatte Nevel noch dicht neben ihm gelegen. Was? Er runzelte die Stirn. Hatte er geschlafen oder war er ohnmächtig geworden? Warum? Er verstand gerade gar nichts. Adrenalinabfall, sagte Nevel. Er schien fitter als Blaze, aber seine Stimme klang müde. Es ist alles... In Ordnung, sagte er langsam und schloss die Augen erneut. Eigentlich wollte Blaze sich aufsetzen, sie beide bewachen. Schließlich hatten sie keine Ahnung, was sich noch hier mit ihnen befand. Aber er merkte, wie ihn die Müdigkeit wieder mit aller Macht überfiel. Seine Hand glitt in die Tasche, krampfte sich um den Zauberstab. Mit letzter Kraft zog er ihn aus der Tasche, blinzelte und tippte Nevel damit auf den Kopf, flüsterte den Desillusionierungszauber und schlief ein. Etwas schlug ihm sacht ins Gesicht. Blaze, Blaze, wach schon auf! Brummend drehte er sein Gesicht weg. Blaze! Jetzt wurde er an seiner Schulter gerüttelt. Was ist, brummte er ärgerlich. Ich schlafe noch, Morny, komm später wieder. Er vergob sein Gesicht in der Decke. Plötzlich spürte er warmen Atem auf seiner Wange. Mit einem Schlag war er wach, öffnete die Augen. Da war niemand. Nevel? Nevel? fragte er nervös und setzte sich auf. Was? fragte dieser dicht vor ihm und er zuckte zusammen. Wo bist du? Suchend sah er sich um und streckte die Hand aus. Au, was soll das? Bist du blind? fragte Nevel und seine Hand wurde weggestoßen. Ach, seufzte Blaze da, ich habe vorhin einen Desillusionierungszauber über dich gesprochen, nur für den Fall, dass wir in Gefahr sind. Es wurde still. Ein paar Sekunden später wurde mehr und mehr von Nevel sichtbar, der gerade mal einen halben Meter vor ihm saß. Er sah ihn schweigend an. Plötzlich fiel Blaze wieder ein, was er vorhin getan hatte. Sein Blick schweifte unwillkürlich zu Nevels Mund. Sein Magen verknotete sich. Trotzdem hätte er ihn am liebsten wiedergeküsst. Danke, sagte sein Gegenüber, Sein Gesichtsausdruck war unergründlich. Dich hast du aber nicht geschützt, fuhr er fort und blickte ihn abwartend an. Blaze zuckte die Achseln. Ich hatte keine Zeit. Daraufhin wurden Nevels Augen dunkler. Danke, dass du mich vorhin aufgefangen hast, murmelte Blaze leise und wandte den Blick ab. Er fühlte sich nur noch leer. Eine plötzliche Berührung ließ ihn zusammenzucken. Hey, ruhig, beruhig dich, sagte Nevel nah bei ihm. Er wagte nicht, sich zu bewegen. Nevels warmer Atem streifte sein Gesicht. Seine Hand lag schwer auf seinem Arm. Mach dir keinen Kopf mehr wegen dem Kuss, okay? Hey, bitte, sagte Nevel zögernd. Was? Verwundert drehte Blaze den Kopf und sah Nevel in die Augen. Sie waren sich so nah. Wenn er sich jetzt vorbeugen würde, könnte er... Nein, könnte er nicht. Er schluckte, als sein Blick wieder auf Nevels Mund fiel. Schnell rutschte er ein Stück nach hinten. Warum, fragte er dann leise, hob langsam die Augen und begegnete Nevels, die ihn entschlossen und bedrückt ansahen? Ich hätte dich nicht küssen sollen. Du hast eine Freundin und... Er begann nervös an der... Er begann nervös an der Decke zu zupfen. Du stehst nicht auf Männer. Eine seiner Hände ballte sich zur Faust. Heteromänner hassen es, wenn ein Mann sie küsst, sagte er leise. Als Nevel tief aufseufzte, wollte Blaze seinen Arm unter seiner Hand wegziehen, aber Nevels Griff wurde fester. Es tut mir leid, sagte er dann und seine Augen blitzten entschlossen auf. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Er legte seine andere Hand auf Blaze anderen Arm und hielt ihn so gefangen. Ich bin lange nicht so nett und ehrlich, wie du denkst. Jetzt war ihm das schlechte Gewissen deutlich anzusehen. Blaze verstand überhaupt nichts. Was meinst du? Wieder seufzte Nevel tief. Ich habe keine Freundin. Jedenfalls keine, mit der ich in einer romantischen Beziehung bin und... Er sah kurz zu Boden, bevor er stockend fortfuhr. Ich bin schwul. Du bist mir mit deiner Flörterei nur so auf die Nerven gegangen, deshalb habe ich es geleugnet und angedeutet, ich hätte eine Freundin. Als er wieder Blaze' Blick suchte, wirkte er unglücklich. Und wenn ich schon dabei bin? Ich schäme mich dafür, was ich letztes Mal in der Schule zu dir gesagt habe. Es war... Es war etwas hart formuliert. Seine Miene verfinsterte sich ein wenig. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Du warst ein Arsch. Aber du hast es nicht böse gemeint. Ich war nur so wütend, dass es mir nicht gleich klar war. Trotzdem bist du über deinen Schatten gesprungen und hast Moni wieder zurückgeholt. Er machte eine Pause und lächelte. Es stimmt, du bist manchmal ein ziemlicher Idiot, aber die Wahrheit ist... Sein Blick wurde weich. Ich mag dich irgendwie. Und du hast recht, wir sind wirklich ein gutes Team. Ich verbringe... Er stockte, schien zu überlegen, ob er fortfahren sollte. Eigentlich verbringe ich gerne Zeit mit dir. Gab er dann zu. Für einen Moment sahen sie sich schweigend an, bis Neville seine Hände von Blaze zurückzog und ein gutes Stück abrückte. In Blaze tobten starke Emotionen, die alle um ihre Oberhand kämpften. Er wusste nicht mal, was er eigentlich fühlen sollte, wie er das Ganze bewerten sollte. Irgendwie hatte er nie erwartet, Neville könnte ihn angelogen haben. Nun, es war zugegebenermaßen effektiv gewesen. In Gedanken schmunzelte er. Anscheinend hatte er Neville tatsächlich auf ein Podest gestellt. Nun festzustellen, dass er auch nur ein Mensch war, war irgendwie eine Erleichterung, obwohl ihm zu der Sache immer noch die Worte fehlten. Schließlich konzentrierte er sich auf die einzige Sache, die ihm völlig klar war. Du musst dich nicht wegen deiner Standpauke bezüglich der Hufflepuffs entschuldigen, sagte er entschieden. Ich weiß inzwischen, wie falsch es war, so etwas zu sagen. Wirklich? Fragte Neville erfreut und Blaze Herz machte einen freudigen Sprung dabei. Trotzdem konnte er nicht anders als ehrlich hinzuzufügen. Ich kann es zwar immer noch nicht hier fühlen, dabei zeigte er auf seine Brust, aber mein Verstand gibt inzwischen dir, Morny und Draco recht. Es ist nicht ganz einfach, gegen die eigene Erziehung anzukämpfen, wenn man immer überzeugt davon war, alles richtig gemacht zu haben. In Neville's Gesicht zuckte es. Beunruhigt hielt Blaze den Atem an. Er war nie ein Freund von Lügen gewesen, und er wollte auch jetzt nicht damit anfangen. Wie sehr er doch hoffte, Neville würde es diesmal verstehen. Okay, sagte Neville leise und neigte den Kopf ein wenig zur Seite. Ein Sonnenstrahl fiel durch ein Fenster und ließ seine Augen aufleuchten. Hellgrün, eine Farbe, die Blaze mehr und mehr mochte. Und was sagst du zu meinen Lügen? Fragte Neville. Es klang ein wenig nervös. Es überraschte Blaze. War es Neville etwa wichtig, was er von ihm hielt? Er lächelte zittrig. Es... Er biss sich auf die Unterlippe. Hierbei ehrlich zu sein, war schwer. Es hat mich ziemlich mitgenommen. Er schindete Zeit, fuhr mit der Zunge über seine Zähne. Ich fühle mich stark zu dir hingezogen, auch jetzt noch, gestand er ihm. Ich frage mich nur... Eine Hand umklammerte ein Stück seiner Robe. Willst du auch weiterhin Abstand von mir? Die letzten Worte kamen leise heraus, und er sah nur noch unter gesenkten Lidern zu Neville, als würde es ihn schützen, falls dieser gleich Ja sagen würde. Nevilles Reaktion darauf bekam er so allerdings nicht ganz mit. Ich weiß nicht, meinte er vorsichtig. Wir beide sind sehr unterschiedlich. Ich bin nicht der Typ für eine Nacht und dann zum nächsten Hüpfen. Ich suche nach einer festen Beziehung. Und seien wir mal ehrlich, da ist was zwischen uns. Das kann auch ich nicht mehr leugnen. Einfach nur Freundschaft wird nicht funktionieren, nicht für mich. Seine Worte sickerten nur langsam in Blais' Gehirn. Er hob den Blick, sah wie Neville schluckte und ihn unsicher ansah, bemerkte, wie seine Augen dunkler wurden. Stimmt, meinte er leise. Wir sind sehr unterschiedlich und... Er leckte sich über die trockene Unterlippe und registrierte nebenbei, wie Nevilles Augen kurz zu seinem Mund zuckten. Wenn wir uns anfangs einfach nur verabreden, uns besser kennenlernen? Sein Herz klopfte voller Aufregung und Hoffnung. Er konnte nicht recht glauben, dass er dieses Gespräch tatsächlich führte. Bisher hatte er nie Interesse daran gehabt, die Menschen besser kennenzulernen, mit denen er schlief. Trennung von Freundschaft und Sex war seine Devise. Romantische Beziehungen waren komplettes Neuland für ihn. Da schlug Neville die Augen nieder. War das ein schlechtes Zeichen? Er spürte einen Stich in der Brust. Nimm es mir bitte nicht übel, sagte Neville, sah ihn wieder direkt an, prüfend. Soweit ich es mitbekommen habe, hast du ständig etwas mit jemandem am Laufen. Wenn wir uns verabreden sollten, will ich dich nicht teilen. Keine Dates mit jemand anderem und erst recht nichts, was darüber hinausgeht. Er legte den Kopf schief und beobachtete ihn genau. Wirst du das können? Und sei bitte ehrlich, es bringt uns beiden nichts, wenn du dir nicht sicher bist. Am liebsten hätte er mit einem Selbstverständlich geantwortet. Aber das war nicht die Wahrheit. Klar, er hatte die letzten beiden Wochen mit niemandem mehr geschlafen. Allerdings hatte er da die Wahl gehabt. Was wäre jedoch, wenn er es nicht dürfte? Ob er das aushalten konnte? Er setzte gerade zur Antwort an, als er eine Bewegung hinter Neville wahrnahm. Sofort zog er den Zauberstab. Der andere erstarrte kurz und wirbelte dann herum. Griff selbst nach seinem Stab. Erst jetzt konnte Blaze erkennen, was da auf sie zukam. Drei große Spinnen. Sie gehörten nicht zur Gattung der Akromantula, sondern waren bedeutend kleiner. Wenn Blaze sich nicht irrte, hatte Draco sie früher in einem riesigen Terrarium gehalten. Bevor er noch etwas tun konnte, keuchte Neville entsetzt auf und stand mit einem Satz hinter ihm. Verwundert zog Blaze eine Augenbraue nach oben. Die Spinnen hatten gerade mal einen Durchmesser von 30 Zentimeter und waren nicht giftig für Menschen. Er hob den Zaubersstab und sprach auf jede der drei einen »Lokomotor Mortis«. Erst danach drehte er sich um. Neville sah kreidebleich aus. »Hey«, vorsichtig berührte er seinen Arm. »Neville, ich habe Ihre Beine unbeweglich gemacht. Wir können Sie also zurück in Ihr Terrarium bringen. Es ist nicht weit von hier entfernt.« Langsam blinzelte der Angesprochene. »Terrarium?«, fragte er heiser. »Ja, Draco hat sie als Haustiere gehalten.« Angewiedert verzog Neville sein Gesicht und schüttelte sich. Er schien aber wieder zu seinem alten Selbst zurückzufinden. »Bist du sicher, dass sie sich nicht mehr bewegen können?«, wollte er wissen und lugte über Blaze' Schulter. »Na klar, schau doch!«, blaze drehte sich um und deutete auf die Spinnen, die reglos da saßen. »Wir sollten sie aber gleich zurückbringen. Sie müssen nicht länger als nötig in dieser unangenehmen Pose verharren.« Ein tiefes Einatmen. »Na schön!«, entschlossen hob Neville den Zauberstab und ließ eine Spinne nach der anderen auf einen kleinen Teppich schweben. Er setzte sie alle in der Mitte ab. »Bin soweit, jetzt muss ich nur noch den Teppich schweben lassen und du kümmerst dich um den Weg«, sagte er in geschäftsmäßigem Ton. Beeindruckt hatte Blaze ihn beobachtet. Vorhin war Neville noch starr vor Angst gewesen und jetzt hatte er sich wieder vollständig unter Kontrolle. »Alles klar, dann gehen wir. Eigentlich sollte hier oben nicht allzu viel los sein. Fass nur die Wände nicht an. Die Kerzenleuchter hier oben lassen gerne heißes Wachs auf die Hände tropfen. Und wir müssen auf herumlaufende Rüstungen achten. Sie sind harmlos, könnten uns aber erschrecken. Außerdem gibt es in der Galerie draußen viele magische Gemälde an den Wänden. »Okay, dann gehen wir mal. Bleib neben mir. Falls die Spinnen vom Teppich rutschen, müssen sie auch nicht unbedingt auf mir landen. So groß ist meine Liebe zu ihnen nicht.« Schmunzelnd nickte Neville und wandte sich den Spinnen zu. Schweigend verließen sie den hellen Raum und traten in die große und sehr dunkle Galerie hinaus. In ihrer Mitte wandte sich eine Treppe nach unten, doch sie war kaum zu erkennen. Die Kerzenleuchter an den Wänden brannten kaum noch. Manche waren vollständig erloschen. »Wo müssen wir hin?« flüsterte Neville. »Bis ganz nach vorne zur Ecke und dann die dritte Tür.« gab Blaze ebenso leise zurück. »Dort vorne ist es völlig dunkel. Gibt es dafür einen Grund?« fragte Neville. »Ja, das war Greybeck. Er wollte damit Draco erschrecken, liebte es, ihm im Dunkeln aufzulauern.« »Schrecklicher Typ«, murmelte Neville und lief dicht daneben ihm her. Ihre Schultern berührten sich. »Du sagst es gut, dass er tot ist«, brummte Blaze. Konzentriert gingen sie weiter, achteten auf jeden Schatten und jedes Geräusch. Als sie es fast bis zur Ecke geschafft hatten, zischte Neville »Psst« und Blaze blieb auf der Stelle stehen. Sie lauschten. Kurz vor der anderen Seite der Galerie klapperte eine Tür. Kurz fiel ein Lichtschein auf eine Ritterrüstung. Dann hörten sie Schritte, die sich klappernd in ihrer Richtung bewegten. »Gehen wir weiter«, sagte Blaze leise. »Wenn sie uns anspricht, lass mich reden. Ich kenne die Rüstungen von früher.« »Von mir aus«, meinte Neville, »ich habe mit den Spinnen genug zu tun, muss mich ganz schön konzentrieren, damit sie auf dem Teppich bleiben.« Vorsichtig bogen sie um die Ecke, direkt in die Dunkelheit hinein. Hier war alles leiser, als ob die Dunkelheit nicht nur das Licht, sondern auch jedes Geräusch verschlucken würde. Die Schritte der Rüstung waren nicht mehr zu hören. »Wer ist da?« ertönte plötzlich eine blecherne Stimme nah bei ihnen. Beide Männer zuckten zusammen. Neville fluchte leise, was Blaze ein Grinsen entlockte. »Mr. Sabini und sein Freund, mit wem habe ich das Vergnügen?« sagte er gelassen, als wäre es das Normalste auf der Welt, sich im Dunklen mit einer Rüstung zu unterhalten. »Ähm«, sagte die Rüstung. »Sabini? Ein Freund von Draco?« »Ja, genau.« »Oh, gut.« »Stille.« »Ich habe meine Handschuhe verloren. Sie haben sie nicht zufällig gefunden?« fragte die Stimme hoffnungsvoll. »Tut mir leid, nein.« Wieder blieb es eine Weile still. »Schlecht. Ich brauche meine Handschuhe.« »Schweigen.« »Sind Sie sicher?« »Ja, leider«, sagte Blaze ungeduldig. »Hm, was soll ich jetzt nur machen?« jammerte die Stimme. »Ich kann doch nichts ohne die Handschuhe anfassen.« »Wieso fragst du nicht deine Freunde?« wollte Blaze wissen. Neben ihm regte sich Neville in der Dunkelheit. Gut möglich, dass er ungeduldig wurde. »Oh, ja, gute Idee. Danke.« sagte die Rüstung. Ein Scheppern erklang. Ein Schritt. Stille. »Ich glaube, sie ist wieder zurückgegangen«, flüsterte Blaze in Neville's Richtung. »Dann lass uns weitergehen. Nicht, dass der Zauber sich auflöst und die Spinnen sich wieder bewegen können.« zischte Neville. »In Ordnung.« Blaze machte einen Schritt nach vorne und spürte, wie Neville es ihm gleich tat. Sie erreichten die Tür ohne weitere Vorkommnisse. Mithilfe eines Zaubers öffnete Blaze. Im Raum herrschte ein Dämmerlicht. »Lumos!« flüsterte er und ging hinein. Interessiert blickte er sich um. Das riesige Terrarium bedeckte die Wände von oben bis unten und reichte um drei der Wände herum. Bei der Wand neben der Tür waren Schränke eingebaut, die voller Spinnenbücher, magischer Insektenbücher, Pflegeprodukte für Spinnen und Terrarien waren. »Kannst reinkommen«, sagte Blaze. »Sei aber vorsichtig. Ich habe noch nicht alles abgesucht. Es wäre möglich, dass noch mehr Spinnen im Haus unterwegs sind. Vor allem hier könnten noch ein paar sein.« »Was?« zischte Neville. Und sein Entsetzen war ihm deutlich anzuhören. »Reparo«, rief Blaze und richtete seinen Zauberstab auf das Terrarium, welches an einer Ecke ein kleines Loch hatte. Vermutlich waren die Spinnen so herausgekrabbelt. Er öffnete eine gläserne Klappe. Dahinter befand sich eine Box. Als er fertig war, wandte er sich dem Teppich zu, den Neville auf den Boden hatte herabsinken lassen. »Wenn ich sie in die Box habe schweben lassen, beendest du den Zauber und ich schließe die Klappe. Dann befördert die Box sie ins Terrarium und kommt zurück.« »Okay«, murmelte Neville, der blass aussah und sich immer wieder nervös umblickte. Kurz darauf waren alle Spinnen wieder in ihrem Wohnort und verkrochen sich sofort in einem dunklen Plätzchen. Eine halbe Stunde später waren sie zurück in dem großen, hellen Raum, in dem sie die Spinnen entdeckt hatten. Diesmal durchsuchten sie ihn gründlich, doch der Raum enthielt nicht viel. Er war nicht besonders groß, hatte jedoch riesige Fenster, weiße Wände, Boden und Decke. Abgesehen davon enthielt er zwei hellgraue Sofas, vier Ferngläser, die direkt an den Fenstern standen und vier hohe Sessel, mit denen man es sich hinter den Ferngläsern bequem machen konnte. »Koloportus«, brummte Neville und versiegelte die Tür. »Nicht, dass wir wieder von Spinnenrüstungen oder sonst was gestört werden.« Nachdenklich sah Blaise sich um. Dann schob er die beiden Sofas dicht nebeneinander, ließ sie ein Stück breiter werden und verbannt sie. Danach schwang er sich zufrieden hinauf und kramte in seinem Umhang. »Was machst du da?« wollte Neville mit einem Stirnrunzeln wissen. Bedächtig näherte er sich. »Wir sollten etwas essen und trinken. Setz dich, ich habe genug für Wochen dabei.« Blaise deutete mit dem Kopf auf das Sofa daneben. »Ich habe auch etwas dabei«, sagte Neville und setzte sich zögernd ihm schräg gegenüber. Obwohl Blaise die Sitzfläche etwas breiter gemacht hatte, betrug der Abstand zwischen ihnen nur einen halben Meter. »Viel gemütlicher als der Boden, oder?« meinte Blaise und regelte sich genüsslich, die Beine weit von sich gestreckt. »Gute Sofas, schön lang. Meistens sind sie zu kurz für mich.« Ein Lachen ließ ihn zu Neville sehen. »Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der inmitten dieses Chaos und der Gefahr an Gemütlichkeit denkt«, lachte er. Mit einem Achselzucken reichte Blaise ihm ein winziges Paket. »Ist doch wichtig«, sagte er entschieden. Er richtete sein Zauberstab auf Nevels Paket. »Engorgio«, dann auf sein eigenes. »Engorgio«, »guten Appetit«. Schmunzelnd meinte Neville, »Danke, aber du weißt doch, ich habe selbst etwas dabei.« Trotzdem packte er es aus und begann zu essen. »Wir können ja nächstes Mal eins von Deinen essen. sagte Blaise, als er den Mund leer hatte. Dann haben wir beide Abwechslung.« »Ich hoffe ja nicht, dass wir hier ewig festsitzen«, meinte Neville besorgt. Daraufhin grinste Blaise breit. »Also ich kenne Schlimmeres, als mit einem heißen Mann eingesperrt zu sein.« Er wackelte vielsagend mit den Augenbrauen. Zu seiner Überraschung und Freude lachte Neville wieder und meinte, »Ach ja, von wem sprichst du, dir oder mir?« Verblüfft starrte Blaise hinüber. »Hatte Neville gerade mit ihm geflirtet?« Sein Herz hüpfte vor Freude. Gleichzeitig überkam ihn aber auch Nervosität. Er hatte nie mit einer Erwiderung seines Flirts gerechnet. »Und jetzt?« Dann riss er sich zusammen. »Er war ja diesbezüglich nie um Worte verlegen. Da sollte das Ganze doch nicht so schwer sein.« »Oder?« Unter gesenkten Lidern warf er Neville einen lasziven Blick zu und biss sich leicht auf die Unterlippe. Er beobachtete, wie dessen Blick sich auf seinen Mund senkte. Dort verweilte. Blaise Pulsschlag beschleunigte sich. »Was hatte er gerade sagen wollen?« Mit belegter Stimme setzte er an. »Na?« Er räusperte sich. »Natürlich habe ich dich damit gemeint.« Entgegnete er rau und beugte sich ein Stück nach vorne. Als er sah, wie Neville's Augen dunkler wurden und er sich ebenfalls vorbeugte, glaubte er, sein Herz würde ihm jeden Moment aus der Brust hüpfen. Dann rutschte dieser näher. Sein Blick verweilte noch immer auf Blaise Mund. Blaise schluckte. »Weißt du?« raunte Neville, während er seinen Blick gemächlich über ihn schweifen ließ. »Ich gebe es nicht gerne zu, aber du bist auch nicht zu verachten.« Seine Augen verweilten an Blaise Schlüsselbein. »Ich weiß nicht warum, aber ich habe etwas übrig für diesen Körperteil.« murmelte er, beugte sich näher. »Erlaubst du?« Jetzt spürte Blaise Neville's Atem an seiner Schulter, dem Hals. Sein Blut erhitzte sich. Er nickte schwach. Langsam fuhr Neville mit einem Finger seine Halslinie entlang. Blaise Kopf sank zur Seite. Er konnte die federleichte Berührung kaum spüren und doch raste sein Puls inzwischen. Er atmete zitternd aus. »Neville!« flüsterte er. Es glich mir einem Flehen. Da ließ Neville von seinem Hals ab, umfasste sein Gesicht und drehte es zu sich. Seine Pupillen waren riesig. Blaise glaubte zu ertrinken. Schon wurde er herangezogen und Neville küsste ihn auf den Mund. Hungrig erst, drängend. Und Blaise erwienerte es, drückte sich ihm entgegen, stöhnte in seinen Mund. Da wurde Neville's Kuss weicher. Er strich Blaise über sein Gesicht, küßte ihn ein letztes Mal und wich zurück. Benommen saß Blaise da und starrte zu ihm hinüber. »Du schuldest mir noch eine Antwort«, sagte Neville mit rauer Stimme. »Was?« stammelte Blaise verwirrt. Sein Körper vermisste die Nähe und Wärme. Sein Blut kochte noch immer und seine Hose saß inzwischen schmerzhaft eng. Er streckte eine Hand nach Neville aus, wagte aber nicht, ihn zu berühren. Neville atmete laut aus. Seine Pupillen waren immer noch riesig, sein Gesicht gerötet. »Hast du vergessen, was ich vorhin gesagt habe?« brachte er stoßweise hervor. »Ich bin kein Mann für eine Nacht.« Blaise runzelte die Stirn, versuchte sich zu konzentrieren, und schloss die Augen, atmete ein paar Mal tief ein und aus. »Okay«, sagte er leise. »Ja, richtig.« Er blinzelte, versuchte mit Macht, seinen Körper wieder herunterzufahren. »Puh«, er stöhnte, rieb sich über das Gesicht. »Hier«, Neville warf ihm eine Flasche zu. Reflexartig fing Blaise auf und öffnete sie, »trank, gierig, es war Wasser, angenehm kühl.« Sein Puls verlangsamte sich. Er schloss die Augen, lehnte den Kopf zurück. »Du wirst mich umbringen«, sagte er. »Hm?«, kam es träge zurück. »Was meinst du?« Seine Augen öffneten sich, begegneten Neville's, die ihn müde, doch interessiert anblickten. »Ich stimme deinen Bedingungen zu«, sagte er und hielt Neville's Blick fest. Dessen Augen weiteten sich überrascht und wurden dann heller. Er lächelte. »Wirklich?«, fragte er in einem so hoffnungsvollen Ton, dass es in Blaise Inneren eine Seite erklingen ließ. Ein Flattern machte sich bemerkbar. Wärme breitete sich aus. Er hätte ihn jetzt am liebsten geküsst, leicht und zärtlich, liebevoll. Aber er lächelte nur. »Ja, ich bin mir sicher. Ich will es«, sagte er fest. Ein Lächeln belohnte ihn erneut. »Gut, mir geht es auch so«, sagte Neville sanft. Da griff Blaise nach seiner Hand und hielt sie fest. Anmerkung der Autorin »Und, was denkt ihr? Hat Neville Blaise zu schnell vergeben? Haben die beiden überhaupt eine Chance? Und wie kommen sie wieder aus dem Mäna heraus?« Ende Kapitel 16 »Dea hug« Phillips – let's see«, » дев chain« »N